und jetzt kommentieren sie wieder all das was ihnen wichtig ist also legt los jungs hier sind brand und buttermann so es ist donnerstag ladies and gentlemen und er sitzt wieder da der mann der mr wie nennst du dich doch jetzt noch mal neuerdings non-toxic 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 reality vor allem bist du ein freund des guten musikgeschmacks simple simple meins gestern abend wie war es denn es war so gut ja das mache ich nur ganz selten das war so gut dass ich mir sogar ein t-shirt geholt habe wenn du das mal sehen möchtest ja sehr gerne schau mal sehr gut sehr gut weil nämlich dieses t-shirt ist von einem album was für mich wie soll ich sagen es gibt ja es gibt ja immer jeder hat ja so erinnerungen an seine jugend an seine anders was er erlebt hat und an bestimmte zeiten die ihnen in seinem leben sehr wichtig waren und so und mich sind die simple minds genau wie die per schmo zum beispiel aber auch wie david bowie und ein paar andere bands und künstler sind für mich so ganz 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 wichtige schritte in meinem leben und dazu gehört auch die platte new gold dream von 1900 ich will nicht lügen 82 glaube ich das cover sieht so aus ich zeige es dir gerne mal ja das cover ja und das t-shirt habe ich mir auch geholt als erinnerung daran weil ich das t-shirt noch nicht hatte und ich begleite diese band seit 40 jahren über 40 jahren und habe mich da sehr darauf gefreut weil es eben so ein so ein retro ding auch war so meine frau war mit dabei die ist ja zehn jahre jünger als ich und hat das nur am rande mitbekommen also das heißt sie war nicht ganz so in dieser sache drin wie ich ja aber ich habe mehrfach geweint weil es mich so gerührt hat und weil ich mich so erinnert hat an die an die an die an die zeiten wie es damals war und ich habe mit der band selber ich kenne die persönlich ich habe mit den damals in den 80er jahren immer die jene tour fing immer in hamburg an und wir haben gemeinsam dinge konsumiert und spaß gehabt und eben ganz viel tolle musik also die haben wirklich tolle musik gemacht großartige grubige so wabernde musik kann ich jedem nur sehr empfehlen und live wegen fantastischer sound und sie haben eine drummerin guck mal auf instagram nach unter simple minds die hat sozusagen social media zu dieser band gebracht die mit social media gar nichts am hut hat die tante ist so eine tolle frau die ist eine so tolle drummerin und ich schwöre ich schwöre ich schwöre wenn junge mädchen diese drummerin sich angucken dann wird es ähnlich sein wie wenn junge mädchen früher steffi graf gesehen haben die dann angefangen haben tennis zu spielen wie blöd ich schwöre wenn junge mädchen junge mädchen dieses angucken werden sie alle drummerinnen werden wollen die ist so cool die frau die ist so super und die ist eine mörder drummerin also sie hat simple minds leben von einem sehr treibenden sound da ist das stark zeug sehr im vordergrund und dazu so barbante gitarren und so aber das schlagzeug treibt es nach vorne und das ist die ist so gut wahnsinnig ich kann es jedem nur empfehlen meinst du werden auch in 20 jahren zurückblickend und mit einem wehmütigen gefühl sagen kannst du dich noch erinnern an amt der reality stars an emmy russ an mike sees an nico legert man das löst in uns wohlig warme gefühle aus oder doch eher what the fuck nein wir werden wir uns nur an mike sees erinnern leider weil wir nämlich jahre die nächsten 17 jahre im knast verbringen werden weil er uns ja anzeigen wird und wahrscheinlich werden wir dann ins gefängnis gehen müssen ich habe übrigens gehört ja heute morgen ganz frisch er hat ein interview in der in touch gegeben ja weiß nicht ob das ein ein fachblatt ist was du dir gerne mal zu gemüte führst das ist aber ganz schlau von ihm weil damit schließt er sich den schlüssel zu einer neuen milf generation auf die dann ja auch zahlungskräftig ist weil wer heute noch eine zeitung kauft der muss wirklich geld überhaben und ich denke dass das zielgruppengerechtes handeln ist von ihm finde ich in ordnung bin ich gut finde ich klug möchte ich sagen ich habe das ja auch in unserem letzten gespräch ganz oft gesagt ich halte ihn für einen richtig guten strategisch klugen kaufmann das ist okay und die quint ist jetzt aus diesem interview in der in touch ist übrigens michelle hatte von anfang an einen plan und sie wollte mich von anfang an nur ausnutzen natürlich das ist ja wie mit den frauen die auf dem bauch liegen die nutzen letztlich legen sich frauen immer auf dem bauch um einen auszunutzen ich kenne das selber aus eigener frau ganz ehrlich ist ich habe vier kinder mit drei frauen also hallo und alle auf dem bauch gezeugt also ich frage nur ich bin der notjournalist halber also teilzeit journalist sozusagen dann habe ich gesehen wir können mal ganz kurz noch mal rückblickend was da draußen los ist und ich dachte mir wir machen gestern kurz du stehst vor der buckley card arena machen kurzen talk zu elton und pro sieben und auf einmal sehe ich heute morgen das haben sich fast 5000 menschen angeguckt in seinen kleinen talk es scheint sie zumindest irgendwie zu bewegen in welcher form auch immer klar die kommentare auch das ist wieder der blasen und nieren tee nein das ist ein schöner ganz feiner bio jasmin tee den ich mir habe aus china kommen lassen ganz feinware mein freund hallo sehr schön hallo premium also seitdem die youtube-einnahmen laufen läuft sie jetzt auch irgendwie mit den tees da kann man ganz ehrlich früher habe ich eine alte cola gelutscht morgens und jetzt seit wir durch mike c es berühmt berühmt und berühmt reich werden sozusagen seitdem geht es geht es massiv voran das muss sein da trinke ich jetzt biotee und das wird noch werden noch schlimmer sachen passieren ich bin gespannt auf jeden fall ja hat euch das thema in mir das ja wobei die kommentare relativ 50 50 sind die eine heftig sagt ich finde das verhalten von seitens pro sieben unterirdisch kann man menschlich nicht machen die andere hälfte durchaus sagt ja ich fand jetzt auch nie dass elton der größte moderator war und ein bisschen weniger ist auch gar nicht mal so schlecht also da ist unser publikum durchaus ein bisschen geteilt ja ich würde mich bedanken wollen bei einem der uns geschrieben hat ich lese ja auch die kommentare immer gerne und mit freund und da hat einer geschrieben wenn all die verkäuferer 23 jahren raus fliegt gibt es auch keine abschiedssendung was ein toller kommentar ist bei der way und dann haben wir heute morgen in unserer kleinen frühstücksshow das thema frühstücksshow müssen auch noch sprechen auf jeden fall in unserer kleinen in unserer kleinen frühstücksshow in der morning show haben wir dann gesagt pass auf wir bieten jedem ja der nach 23 jahren ungerecht gekündigt wird hier seine abschiedssendung der nach zu uns kommen und kann bei uns im studio seine abschiedssendung machen ich finde das eine brillante idee von meinem lieben kollegen marco und das werden wir so durchziehen also jemand der ungerecht und es müssen nicht mal 23 jahre sein sondern jemand der nach langer zeit ungerecht fertig gekündigt wird der kann sich hier bei uns melden der bekommt hier seine abschiedssendung ja sehr schön kennst du noch früher mit dieter thomas heck das war ihr leben selbstverständlich das könnte so ein bisschen der aufhänger sein so eines normalen menschens sozusagen das war dein leben 23 jahre bei aldi oder so ist man dich bis man dich ungerecht fertig raus gefeuert hat genau ja sehr schön sehr schön so kann man alte retro konzepte doch gerne wieder in die neuzeit überführen ja gott ich weiß gar nicht wo wir anfangen sollen ehrlich gesagt fangen wir an pass auf machen wir es uns einfach pest oder cholera was möchtest du zuerst nee ich würde ich würde es ganz anders machen wollen ich würde gerne anfangen wollen mit mit zwei frauen wie soll ich beschreiben mit zwei frauen die ein liebespaar waren und es war jetzt die sind nicht wegen der quote drin ich habe erst gedacht na da packst du jetzt aus als quoten ding noch mal so eine lesbische geschichte da rein weil sie ja nur bisexuell sind also sind ja ja genau also es ist ja haf lesbien sozusagen genau da ist zeit lesbisch ich habe habe gedacht man packt ihn nur deswegen da rein aber es ist ein großer irrtum denn ich habe diesen wahnwitzigen streit gesehen also da hat man ich weiß nicht ob du dich erinnerst die haben wie schnell bei den beiden mädels die bombe hoch geht und wie wenig es ist zwischen fick dich und du bist ungefickt und ich finde das nicht in ordnung was du sagst wie schnell das geht mit zwei fingern nicht einen finger zweimal war das ja und bitte auch den satz und bitte auch den satz ich glaube du bräuchtest mal wieder richtig guten sex genau so war das genauso war das und das was für mich am meisten schockiert hat ist dann geht sie ihr so ein bisschen irgendwie an die gurgel oder so ja und sagt junge und dann habe ich mich gefragt wieso sagen zwei mädchen die dem eigenen geschlecht zugetan sind vielleicht den anderen auch wieso nennen die in der krise eine frau einen jungen ich muss übrigens kurz für alle die gerade mit fragezeichen wir reden übrigens jetzt im prominent getrennt folge zwei haben wir noch gar nicht erwähnt entschuldigung ja und mein satz zumindest in diesem zwiegespräch war folgende ich hoffe ihr habt auf kamera ja ich habe ihre spucke in meinem gesicht ja das passiert manchmal wenn man lautet aufgeregt redet aber was ich was ich halt bezeichnend fand ich bin ja wie gesagt ein bisschen älter sieht man nicht aber ich bin älter und wie schnell diese mädchen explodieren man möchte hingehen und möchte sie beide meinen arm nehmen und sagen pass auf mädel jetzt komm doch mal runter worum geht es denn hier eigentlich es ist doch überhaupt nicht so ist da muss man doch gar nicht alter junge spucken weinen fickt dich du brauchst es mal wieder das muss man alles gar nicht machen warum muss man das denn machen und warum muss man die tür knallen die treppe runtergehen das bild von der wand reißen und ist durch die villa schleudern warum muss man das tun das schöne bild sende zeit okay ja weiß was auch noch geil fand ich dann aber muss man sagen wir haben ja und ich glaube sie also für mich hat kim virginia bei allen dem was ich zu sagen habe was was ich nicht in ordnung finde bei ihrem was ich da schräg finde und sowas alles ne also alles das was da was da was da kommt die hat einen also hat sie eine ganze folge bewiesen die ist immer wieder aufgetaucht und hat eigentlich irgendwie so verbindend mutti der nation ich stehe über den dingen abgelassen sie hat hier zum beispiel gesagt du musst rauskommen aus dem klärungsmodus und das ist klug ja man kann sagen so ein bisschen die mutter bei mir des realities also gleichzeitig hat sie aber noch da kommen wir dann später sicher zu hat sie ja dann so ne also als der eine typ da mir der der leger hat notgeil geworden ist und sowas alles ne wie sie ihn absolviert hat aber mit welcher selbstverständlichkeit und mit ganz unaufgeregt und von wegen hier man hätte ja jetzt also viele mädchen heute würden rumschreien und würden sagen oh sexuelle annäherung sie wie also eine richtiges voll weib die nimmt das einfach hin spielt damit rum ja und lacht sich tot das hat sie ein paar mal bewiesen in der folge ich muss sagen sie hat sich in folge zwei hat die sich so ein bisschen zur heldin gemausert für mich ja aber ich sag mal so das gelingt einem bei dir auch relativ einfach ehrlich gesagt also zum zum dass man in deiner in deiner wahrnehmung zur heldin aufsteigt also ich glaube das ist gar nicht so schwierig wie man meint wie man glaubt ja extrem schwierig ja ich hätte doch zum beispiel ich habe doch an der ersten folge sagt dass emily eigentlich ich dachte sie ist das mädchen ist ein also wirklich ein opfer die eigentlich eine häusliche maus ist und nenn mich nicht immer opfer genau so war es und deswegen bin ich da ja auch also ich bin nicht bereit da schnell den heldentitel zu vergeben aber in der folge zwei muss ich schon sagen sie hat sie hat einige richtig und ich finde es dann ja cool mit welcher unglaublichen selbstüberzeugung und selbstbewusstsein und selbstverständlichkeit sie das durchzieht das stimmt das stimmt allerdings und wir haben kennengelernt die nächsten vier paare glaube ich die eingezogen sind sind sie alle drin und das hatte zur folge dass der mann mit dem aufmerksamkeitsdefizitsyndrom also mike sees kaum stattgefunden hat und ich kann mir vorstellen dass er da saß zu hause vor dem heimischen fernseher und gedacht hat warum finde ich denn gar nicht statt ja da kommt als erstes tim so eine luftpumpe mit langen haaren die also total stolz ist auf ihre haare auf seine haare ihre haare und der ist anscheinend bekannt aus love island hat gewonnen hat 2020 die staffel gewonnen genau das ist ja praktisch wie wie nobel also letztlich ist es wahrscheinlich wie nobelpreis und abitur in einem oder das ist aus der legendären staffel ich weiß ich kennst du hendrik stoltenberg ja ja der war auch in der staffel love island der sich auch dadurch ausgezeichnet hat dass er immer sehr gerne so vokabel benutzt wie don flonzo oder also sich dann ja irgendwie von seiner allerbesten seite zeigt und dann allerdings sozusagen aus dem reality business entfernt wurde weil er im letzten jahr aus dem heimischen fenster bei sich zu hause irgendwelche rechtsradikalen parolen rausgebrüllt hat die polizei gerufen wurde und sich dann noch gegen die polizei irgendwie handgreiflich gewährt hat und das ist alles aufgeflogen und komische sachen gesagt und zurecht ist er dann findet er nicht mehr statt und deswegen sollten wir auch gar nicht über ihn sprechen wir haben wir jetzt nicht ihn sondern haben nur tim die langhaarige luftpumpe ja der aber muss man sagen mit melina einzieht und melina fand ich beste vorstellung ever hallo ich bin die melina ich bin 25 und manneke nein ich bin doch gar nicht ganz wach ich bin ja 27 und manneke wurde gar nicht mehr erwähnt und das wort manneke ist sowieso ein erstaunliches das ist doch 70er 80er jahreslängen oder also das ist wie dufte war eine andere beschreibung für also tatsächlich kein witz jetzt manneke hießen früher die frauen die nicht sagen wollen dass sie promi escort sind kein witz ich hatte jetzt gedacht das war ein vorläufer vom wort model okay nein okay früher in den 50er jahren war das manneke glaube ich was war denn das manneke das war so und das war eine klamotten vorführen im kaufhaus da wurden den frauen ja manchmal im kaufhaus sachen vorgeführt und sowas alles ja ja sehr schön okay ja wir wissen dass also dass sie 27 nicht 25 wobei das geht mir morgens auch mal so ich wache auf und frage mich dann einfach erst mal wie alt bin ich normal gefühlt fühle ich mich nämlich so ungefähr wie boris brand alterstechnisch aber dann bin ich wach habe den ersten kaffee intus und dann bin ich froh darüber dass ich doch noch nicht so reif und weise bin wie boris brand und sie hat ja kannst du froh sein dann hast du auch die ganzen probleme nicht die ich habe sondern kannst ganz frei journalistisch arbeiten so wie du das so was ich gut fand ist dass das und daran hat man gesehen dass sie doch irgendwie auch model manneke und sowas alles gewesen sein muss denn sie hat dann rotz und wasser geweint weil es alles unglaublich ungerecht war was der vogel da veranstaltet hat das klang auch tatsächlich glaubwürdig ich denke das ist auch so gewesen wie das da erzählt wurde sie wurde ganz ganz übel hintergangen und bla 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 aber und jetzt wird es interessant sie hat dann nach der main attacke also sie hat erst mal hat sie aus der fan community setze geerntet nach dieser geschichte auf love island so wie nach dem motto dich kann man mit dir kann man nicht zusammennehmen du sollst dich doch umbringen und so weiter und so fort und dann hat sie ja ganz doll geweint und dann hat sie das taschentuch genommen hat gesagt gutes fixingspray habe ich weil das mascara nicht verlaufen ist das war professionell ja wobei man aber auch sagen muss und da können wir auch gerne noch mal uns uns darstellungsmäßig äußern also hate natürlich im netz bei den ganzen vollidioten die glauben sie sind sind anonym unterwegs und so weiter und ich bin ja ehrlich gesagt ganz froh dass wir hier eine relativ friedvolle community sind und deswegen möchte ich bevor wir weitermachen ganz kurz mal eben ich wollte eigentlich eine party tröte noch holen wir haben die 5000 abonnenten geknackt und zwar innerhalb der letzten drei tage während wir letztes mal sonntag noch live waren hatten wir noch 4500 irgendwie also wir haben über 500 abonnenten seit sonntag dazu bekommen wir haben die 5000 knackt in den kommentaren unter dem elton post steht die ganze herzlichen glückwunsch herzlichen glückwunsch ich hatte eigentlich boris dazu überreden wollen dass er heute obenrum frei diesen talk macht hat er nicht ganz so gewollt aber wir gucken mal was wir bis kommenden sonntag da auf die beine stellen auf jeden fall 5000 abonnenten vielen dank für euer vertrauen dankeschön und weiter im thema ach ja wer kam dann noch ja mal sagen vielleicht kurz sagen dazu ich muss mich auch herzlich bedanken für die einladung bei dir weil ohne dich würde ich ja diese ganzen feinen erfahrungen gar nicht machen weil du hast mich eingeladen eigentlich ehrlich gesagt hast du mich zur fernsehschatztour wegen ganz anderen themen eingeladen aber jetzt hast du mir auch dazu eingeladen und ich bin dem gerne gefolgt und habe viel freude dabei und muss ja jetzt auch noch also was ich gar nicht machen wollte aber muss ich jetzt noch eine eigene youtube welt aufbauen plötzlich ja ich bin jetzt wirklich kommen jetzt langsam im stress das mache ich auch tatsächlich und ich habe dann noch gehört das müssen wir kurz mal sagen vielleicht bei der gelegenheit ich habe ja noch diese feine morning show und du kannst ja immer schon arbeiten an diesen ganzen wichtigen themen während ich noch morning show machen muss das wird sich ab montag habe ich gehört ändern du in unverschämter dreister und journalistische art und weise wirst du hier plötzlich gegen uns senden habe ich gehört ja also pass auf ich habe das zugetragen auf der typ mit dem lichter abgibst ja der fängt an gegen dich zu senden hat der mal gesagt pass auf das ist tatsächlich ich habe gesehen so viel tut sich zwar morgens gar nicht bei youtube aber unser lieber freund markiel mit dem wir ein interview gemacht haben der macht übrigens morgens um neun immer eine stunde so ein bisschen früchte frühstück stream und und spricht über trash und talk und so weiter da habe ich aber gedacht der frühe vogel fängt ja den wurm also da dachte ich mir okay dann fange ich den wurm hier auf youtube und fange morgens von sieben bis neun einfach mal anzusenden und mache so ein bisschen frühstücksfernsehen nennen das ganze guten buddy die morning show ganz schrecklicher name habe ich vor zwanzig jahren mal als radiosendung gehabt dachte ich mir retro ist ja irgendwas lacht er denn jetzt so und ich habe mir so überlegt ich nehme doch nachher noch kontakt auf kennst du noch aus den 90er jahren rtl zeiten da wurden doch holländische sängerinnen und sänger haben doch die sendungstitel immer gesungen lasse ich mir so einen schönen holländischen chor da lasse ich mir so einen schönen guten buddy jingle singen morgens ja dachte ich mir das ist doch doch wunderbar ihr habt zwar den cooleren moin moin song bei hamburg 1 aber ich lasse mir dann so schön von holländischen damen einen singen und so weiter und habe mir überlegt was mache ich da die zwei stunden klar natürlich mache ich im gegensatz zu euch mache ich ich muss aufpassen was ich sage glaube ich jetzt nein das ding ist ihr seid jetzt viel größerer ihr sendet in ganz hamburg und drumherum ihr sendet in berlin ihr habt kabelnetze ihr habt seid terroristisch zu empfangen und 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 alles ich habe ja nur den kleinen youtube kanal das guckt ja keiner also das ist ja das ist ja alles im kleinen aber dass du da jetzt dass du da jetzt einfach radikal dich da also mein das ist ja das system mit dem du auch mike ziehst seine kunden weggenommen hast ja das ist ja bei dir jetzt langsam das muss ich sagen da hat mich der mike darauf aufmerksam gemacht das zieht sich ein bisschen wie ein roter faden um deinen stuhl also tatsächlich ist es so dass du jetzt ja dass du jetzt sozusagen eins machst dass du ja praktisch jetzt community abziehst ja und auf meinem rücken sozusagen nicht es ist wirklich skandalös aber jetzt pass auf und jetzt kommt das learning liebe freunde des gift der gepflegten kommunikation im digitalen bereich guck mal man kann über die dinge reden man kann sich ruhig austauschen man kann es humoristisch nehmen und man kann sich dann austauschen und probieren voneinander zu profitieren das ganze kann man in friedlicher ruhiger art und weise machen ja und da muss man gar nicht verrückt werden von und und da muss man sich auch nicht verrückt machen lassen von dritten und vierten und da muss man einfach auf sein herz und auf seine seele hören da kann man einfach auch sagen weißt du der buddy der macht genau das richtige der macht mit dem herzen und mit der seele das was ihm freude bereitet und wenn er das sogar zwischen sieben und neun anbietet dann bin ich der erste der zumindest zwischen sieben und acht einschalte was ich ganz erfolgreich sein wird aber da schalte ich ein da stehe ich auch zur verfügung zur not also wenn es da wichtige themen gibt dann bin ich natürlich selbstverständlich mit dabei live aus dem auto auf dem weg zur arbeit könnte man eine ein item machen ich habe viele ideen für formate und items ja und bin da ganz und da können sich glaube ich viele daran viele daran ein beispiel nehmen und ich habe mir in der tat schon überlegt also nach dem motto morgens um sieben schon brandgefährlich ja sozusagen könnten wir da eine morgendliche rubrik sozusagen das verbinden wenn du auf dem weg zur arbeit bist und sozusagen ja eh unterwegs bist könnte man das ja nutzen und und jeden morgen ich weiß es nicht irgendwie um sieben uhr sieben oder so brandgefährlich einfach mal gucken was hat dann werden wir die ersten am morgen die über sowas reden also später können ja alle anderen auch wenn sie ausgeschlafen sind ob das ob sie ramon oder yvonne heißen die erstmal ihren schöner schlaf halten müssen bevor sie dann ihre arbeit beginnen wir sind morgens früh gleich schon schon parat sozusagen live und ungefiltert und ja wir bereiten gerade so ein bisschen ein bisschen in der großen 25 mann starken redaktion von guten party bereiten wir die morgen geschob vor und habe auch schon ein wunderschönes overlay gebastelt übrigens mit mit croissants und kaffeetasse und morgenzeitung ist alles schön eingeblendet und habe mir sowas überlegt wie man könnte ja mal promi news morgens machen ein horoskop könnte man machen so ein bisschen nachrichten und wetter ich habe habe gesehen bei anderen sendern die machen das morgens so wenn du uns wenn du prominente von uns haben möchtest ne ich habe mit dem marco gesprochen also der prinz frederick ne ja da musst du einfach auf insta gehen der macht das alles selber und du kannst ihn da direkt erreichen und er ist noch in deutschland wunderbar und ich habe jetzt übrigens mal apropos und ich weiß ich gibt es auf instagram eigentlich gibt es bots die irgendwie allein ständig von irgendwelchen kanälen denen du folgst immer ein like und 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 smile und so weiter verteilen weil pass auf ich bin auch schon seit zwei drei jahren mit prinz frederick auf insta verbunden und egal welche story ich poste es dauert keine zwei stunden und frederick liked die oder schickt ein smile bei jeder ich kann das nicht so richtig glauben ehrlich ich habe vorhin ich habe ihn gefragt ist so ach ja deswegen sage ich ja du sollst ihn anrufen also da muss ja gar nicht über marco machen sondern anrufen bis so okay freddy ich melde mich bei dir dann können wir talken können über alte trash tv zeiten und ich sage nur baden mit kader lot da sollten wir noch mal drüber sprechen und so weiter und er sucht einem das ist nicht uninteressant aber er sucht eine frau mit der er noch ein kind zeugen kann in herkömmlicher art und weise und er ist da bereit dafür glaube ich eine million dollar auf den tisch zu nehmen ich habe in der tat mit meiner frau schon drüber gesprochen wir können nachher empfehlen podcast den wir heute aufzeigen für morgen werden wir darüber sprechen eventuell werden wir bewerbungsvideo fertig machen für freddy also da ist es ist das ist das bodenlose für die quote tut er alles aber so ist es das muss man heute auch machen das ist immer ja an anderen das ist also wir älteren wir älteren lernen ja wir wollen ja lernen von den jungen leuten ja und vielleicht würdest du für hamburg 1 das kameramäßig begleiten also bei der kindeszeugung sozusagen aus der entlang und und ja entschuldige mal bitte ich hoffe allerdings ich weiß nicht du hast ihn jetzt ein paar mal persönlich gesehen aber das rein also ist schon noch fit oder das kindeszeugung mäßig das klappt noch alles wer sagt das ja schauen wir mal sehr gut kommen zurück zu prominent getrennt und kommen wir zu einem pärchen von dem wir wissen dass der papa sagt du bist mir unheimlich peinlich und ich sage ich hätte ihn zur adaption freigegeben also spätestens heute und ich muss mal kurz sagen du bist ja wie du gerade gesagt dass erst durch mich so ein bisschen ins game rein gekommen das heißt du hast natürlich die temptation island staffel gar nicht gesehen wie sozusagen der 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 grund der der baustein das fundament des ganzen ist nämlich nico legert sohn des berühmten torsten legert der dadurch bekannt war dass er glaube ich als bundesliga spieler ich hatte ihn ehrlich gesagt aus der bundesliga zeit gar nicht war immer gar kein begriff du vielleicht schon und auch damals war schon relativ temperamentvoll unterwegs oder ja einfach gerade temperamentvoll und übrigens die staffel temptation island ist mir wohl bekannt also ich bin ja nicht so es ist nicht so ich bin nicht sozusagen in das reality dings reingekommen durch dich sondern ich bin reingekommen in dieses in dieses youtube ging durch dich also in das dazu irgendwas erzählen du hast die ganzen formate immer heimlich schon geschaut erzähl mir doch keinen scheiß ich habe es nicht heimlich geschaut aber ich habe einige von denen tatsächlich aus beruf interesse immer dann alle darüber geredet haben war ich dabei ich bin aber auch schnell wieder ausgestiegen gut also aber aber zum beispiel sommerhaus der stars natürlich promi big brother big brother hier dschungel und sowas alles und temptation island bachelor bachelorette diese ganzen sachen immer dann wenn sie da waren und wenn spektakulär war habe ich da schon mal reingeguckt doch doch apropos übrigens ich weiß wir schweifen schon wieder ein bisschen ab sonst vergesse ich das aber alles immer wieder es gibt im herbst also ich habe im fähigen podcast haben wir letztes jahr drüber gesprochen dass in den usa ja der golden bachelor extrem erfolgreich war da ist es ja dass ein senior also boris brand sozusagen unterwegs ist und 50 bis 70 jährige frauen datet und als rosen und das kommt nach deutschland rtl macht das produziert das im herbst und so weiter das wäre auch ein format wo wir uns wohlfühlen würden also zum unter dem motto unter dem motto knitterkuscheln leicht gemacht hier eine rubrik aufmachen die sich nur damit beschäftigt das knitterkuscheln und das auch das tauschen von gebissen zum beispiel anstatt küssen da gibt es ganz ganz viele tolle möglichkeiten da bin ich ganz gespannt drauf erinnert mich so an den alten horst schlemmersatz was heißt wenn die zähne erst mal raus sind hat die zunge freie fahrt also somit ja sagt man das eigentlich noch aber das da nein darf man alles natürlich nicht mal sagen über apropos hat jemand in den kommentaren geschrieben ein unserer letzten kommentare die wir gemacht haben da muss ich mich weiß nicht ob ich mich da entschuldigen muss musst du sagen ich habe in irgendeinem ich weiß gar nicht mal worum es dagegen habe ich das wort transe gesagt da wurde ich korrigiert mit das sagt da auch das sagt man heute nicht mehr darf man transe nicht mehr sagen okay warum das weiß ich nicht es wurde kommentiert darf man heute nicht mehr sagen wenn dann sagt man ein transgendermensch oder wenn ich von hamburg nach sagen wir jetzt nach new york fliege und fliege über paris dann bin ich doch in paris eine transe ach nee transit heißt das ah nee stimmt das ist falsch doch transe war falsch das heißt transit transit ist das wort und dann kommt noch zusätzlich weiß gar nicht ob das von demselben menschen war dann hat man noch kommentiert ich hatte in einem weiß auch gar nicht mehr wo das war doch hier als wir über realitys kampf der rally stars gesprochen haben und über keno und ich sagte zu dir das ist der farbige und auch da wurde ich korrigiert auch man sagt nicht mehr farbiger leute 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 also ach weißt du was mir auffällt im gegensatz zu meinem rest leben ist in diesem fall für mich ist das gut dass wir das zusammen machen weil es immer anscheinend bei dir kleben bleibt das kenne ich gar nicht normalerweise bin ich immer derjenige der abgemahnt wird wegen so einem scheiß aber das ist ja gut also wir haben das erstmal auch mal sagen wir haben das in überaus sympathischer art und weise gesagt was wäre die korrekte was wäre was sagt man heute das problem genau das problem ist meine frau als ich ihr das sagt sagt zu mir ja was soll man denn heute noch sagen ja was soll man heute ja was schwarzer darf man auch nicht ich weiß es nicht also mensch mit ich weiß es nicht ganz kurz würde ich hier noch mal kurz kunden tun ich kenne also ich bin befreundet mit einem menschen der ist marketingvorstand in einem der größten mischkonzerne der welt dieser hat im letzten jahr im februar war es einen auftrag an den deutsche niederlassung rausgegeben sie möchten bitte eine marktforschung machen ob die deutschen mit dieser ganzen woken geschichte lgbtq gendern ob sie damit ein positives grundgefühl verbinden der grund für diese umfrage sei dass sie gemerkt haben dass diese ganzen werbespots die so künstlich besetzt sind mit übergewichtigen mehrgewichtigen mit mit farbigen mit migrationshintergrund damit ich weiß nicht wie man es alles nennen soll die kamen nicht gut an die verkaufen nicht mehr also hat er gesagt wir müssen irgendwas tun daraufhin hat er hat er die deutschen gefragt die deutschen haben gesagt nee mama nicht wir haben angst vor shitstorm dann hat er es gemacht und hat 14.000 und einen deutschen gefragt und die frage war relativ einfach verbinden sie mit der lgbtq bewegung mit gendern mit der woken bewegung verbinden sie damit ein positives grundgefühl und das ergebnis ist 0,47 prozent der deutschen bevölkerung finden das gut 0,47 prozent zweitens von den betroffenen den homosexuellen transsexuellen lgbtq m bar plus mit sternchen und sonst irgendwas finden es 5,2 prozent gut das heißt es sind radikale laute rumkrehende schreiende minderheiten und die haben 0,0 backhalt in der gesamtbevölkerung that's it deswegen brauchen wir zu dem thema eigentlich gar nicht weiterreden die normalen menschen die nicht nach fehlern suchen und die nicht irgendwie sich einer bewegung anschließen die sie gar nicht selber verstehen zum beispiel die wenigsten wissen dass die prog fleck die man sich hier ins fenster hängt ja dass die zum beispiel aussagt dass alle weißen täter sind und alle schwarzen sind opfer und man darf schwarze nicht sagen weiß ich habe das andere wort kann ich nicht auch das ist totaler bullshit weiße sind keine täter schwarze sind keine opfer es gibt solche und solche und ich habe für euch eine ganz wichtige nachricht es gibt farbige oder schwarz oder whatever arschlöcher und super typen und es gibt weiße arschlöcher und super typen und es gibt gelbe löcher und super typen das war es zu dem thema ein für allemal also wie gesagt ich wollte es mal erwähnt haben dass ich habe es auch da nicht ich habe es nicht zurück kommentiert weil es mir ehrlich gesagt so blöd ist also jeder kommt ganz schnell zu alkoholikern so kommen wir zu nico legert ja also wie gesagt nico legert dann dann sag mir doch mal ganz schnell wenn du sagst du warst bei temptation im thema drin wie hat er was hat er da genau gemacht nico legert hat ja ich weiß nur dass ich unglaublich scheiße benommen hat und zwar so scheiße dass sein vater mit ihm ernsthaft reden musste aber und jetzt kommt das spannende hintergrund information er wollte sich bessern und ähnlich wie mike zieß ist er in dieses format ja eingezogen unter der voraussetzung unter der unter der prämisse dass er sich bessern wollte ja ganz kurz für alle die es nicht gesehen haben also nico legert hat bei temptation island wirklich fremd gebumst und zwar unter der dusche im bad in der dusche ist keine kamera aber trotzdem die mikros die sie abgelegt haben liegen da rum oder man hat ein richtmikro ich weiß das nicht genau und hat natürlich das gestöhne und das geklatsche also dieses ich weiß nicht ob das zu schnell war vielleicht war er langsamer i don't know so hat da hat da also gebumst mit ihr und dann hatten sie irgendwann die beiden ein codewort nämlich indem er sagte mir schon wieder aus das heißt ich gehe ich muss duschen gehen dann geht sie unter die dusche und er kommt zwei minuten später einfach nach um zu verschleiern dann wurde wieder gebumst also mehrere male dann ist das natürlich aufgeflogen die damalige freundin hat gesagt ich beende das hier und ich trenne mich von dir und was ich damals relativ krass fand war dass torsten legert sich ja geäußert hat in sämtlichen rtl boulevard magazin und sowas gesagt hat wie naja der jung der ist noch der ist noch so jung der muss sich noch olle der ist ja noch gar nicht er muss sich hörner abstoßen so und jetzt waren sie also sind sie also war prominent getrennt und da dachte ich mir okay vielleicht ist er wirklich geläutet denn er war ja zwischenzeitlich mit papa auch in einigen formaten zum beispiel beim turmspringen jetzt und so weiter und also bei einigen sportlichen formaten und da dachte ich mir okay er hat jetzt ein jahr zeit gehabt sich zu reflektieren entschuldigt sich vielleicht auch noch mal bei ihr und fällt direkt auf war er dass der emmi gesagt hat ich habe mir erst mal fünf mal einen runter geholt bevor ich hier reingekommen ich weiß nicht ob er das war irgendwann hat das zumindest behauptet und dann trifft er auf sie irgendwie und ich habe da wahrscheinlich gerade geknuspert weil weil das was der man sonst erzählt interessiert mich gar nicht deswegen ich weiß es ehrlich gesagt nicht hat er das doch er hat warte mal doch natürlich irgendwas mit mit seinem vater im der wenn ich unschuld der vater wenn ich unschuldig da deswegen dass er doch sehr erst mal von der eigenen tür kehren muss aber hat das irgendwie anders gesagt irgendwas war da also es war so das stimmt meine frau hat gesagt nicht dass da jetzt noch was anderes rauskommt irgendwie sowas war da und genau und auf jeden fall hat er sich auch unheimlich betrunken er hat alles mögliche in sich reingeschüttet und so weiter und und dann muss man sagen war das ganze so peinlich irgendwie das torsten legert also sprich papa sich da gestern geäußert hat oder heute nacht auf instagram hast du schon gesehen das video dann viel spaß schau rein wir gucken so dran ja das tun wir oh gottes willen einen wunderschönen guten abend ihr seht an meiner reaktion sie ist nicht gut ich beziehe stellung und spreche aus dem namen meiner frau alexandra ja zu dem was unser sohn nico torsten legert dort verbreitet macht und wer sich verhält bei prominent getrennt wir distanzieren uns von allem was darüber kommt das ist nicht die handschrift ja von einem torsten legert und alexandra keine vernünftigen werte er benimmt sich unter aller sau und zugleich möchte ich auch sagen uns ist es nicht egal aber sein benehmen ist asozial kindisch blöd und dumm und da soll jeder sich seine eigene meinung bilden wir haben damit nichts zu tun auf wiedersehen und gute nacht das ist falsch lieber torsten legert aber ich finde eins gut und das muss ich ganz ehrlich sagen ich finde es richtig gut und ich bin richtig stolz auf torsten legert dass er die mike cs youtube schule besucht hat ja gut wo man sagen muss so an der artikulation und an der grammatik könnte man noch ein bisschen arbeiten ja na gut aber hat er hat trotzdem also man sieht es ganz deutlich er hat da entsprechend aus gelernt und was er sagt ist falsch weil sie haben nicht nichts damit zu tun sondern sie sind ja die eltern das heißt sie haben diesen samen den haben die da hochgezüchtet und da kommt bei raus dass bei rauskommt und ja ich es tut mir jetzt wirklich leid aber so richtig aus der verantwortung kann ich ihn nicht lassen auf der anderen seite der junge ist erwachsen da kann man sich schon mal von distanzieren also ja ja und wir können es ja noch mal aufgreifen er hat ihn asozial genannt oder das verhalten zumindest ja ja genau und da und ich wusste gar nicht heißt er mit zweiten vornamen auch torsten also der nico weil er gesagt unser sohn nico torsten legert irgendwie hat er gesagt okay ja ja wusstest du eigentlich dass er noch einen zweiten sohn hat über dem ich gestern gelesen habe dass er oh gott oh gott kannst du kannst du nebenbei google ja gib mal ein irgendwie ich weiß gar nicht wie der mit von harms sohn von söhne von torsten da habe ich gestern gelesen dass der in einer ich glaube in einer psychiatrischen einrichtung ist zum einen und zum anderen pass auf zum anderen ist er gebucht worden fürs fame fighting und zwar weil weil nico sich nicht traut wir drei schließt torsten legert sohn nico wieder aus torsten legert sohn nico wieder aus 30 8 23 ist nico legert der sohn von torsten legert wer ist der sohn von kasala wer ist der sohn wer ist der sohn torsten legert sohn nico verstößt ne ist immer nur nico 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 die meldung war leon heißt er leon legert der ist wahrscheinlich von dem nico einfach komplett komplett weil er hat ganz viel nico ist und ja ich schickte immer ich schickte mal ganz schnell die den link schau mal hier rein das ist aus der bild gestern gewesen so habe ich dir geschickt und kannst uns ja mal so was haben wir denn da bild bild.de bla 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 alle akzeptieren torsten legert kleiner box bei fame fighting genau ließ uns das doch mal vor aber der leon sieht ja genauso aus wie der andere ja beim fame fighting challenge am 24 mei mönchengladbach wird aus leon legert 24 sohn von ex fußball profi torsten legert 55 in den ring steigen und papa ist mächtig stolz auf seinen jüngsten denn eigentlich hätte sein älterer bruder nico kämpfen sollen als vater habe ich dazu zwei unterschiedliche meinungen zum einen ist bedauerlich was nico angeht wenn man eine große fresse hat sollte man zu seinem wort stehen dass ein jüngerer bruder einspringt das imponiert mir am meisten weil er herz zeigt bruder nico stand zuletzt wegen temptation in der kritik in dem tv format betrug er seine freundin mit einer verführerin hatte vor millionen fernsehzuschauer und sex ich habe gar nicht gewusst dass das skandal war also das hat er gemacht das ist ja klar aber das gehört ja zu dem format dazu aber er hat doch auch so ganz üble sachen gesagt wenn ich das recht erinnere der hat sich doch menschlich ganz scheiße verhalten okay anders ist das bei seinem jüngsten leon leon sagt dazu ich bin ein ganz anderer typ als mein bruder das sieht auch papa torsten so leon ist sehr liebevoll ist ein gerechtlichkeits fanatiker aber man darf liebevolle menschen nicht reizen und weiter stille wasser sind tief also wir wissen zumindest schon mal ich dachte nämlich erst das wärmeherbst im mai ist schon fame fighting meistens genau im mönchengladbach ja das scheint wieder ein event zu werden was wir kommentieren sollten vielleicht sogar live wenn wir denn wenn uns die bild freischaltet für dieses event vielleicht wenn das diesmal klappt zumindest was so ja also der bruder wie gesagt fame fighting nico hat wie torsten sagt große fresse nichts dahinter das sind familienverhältnisse die könntest du bei fremden familien im brennpunkt bei rtl nicht besser beleuchten ja jetzt muss man auch sagen dazu natürlich also auch dass torsten legert jetzt ich meine es ist wie wir beide das machen guck mal wir beide sind einfach harmonisch entspannt egal was passiert wir können damit leben wir erzählen uns die dinge das ist ganz einfach so wenn irgendjemand jetzt zu mir kommt oder wenn du dich fehlverhältst und sagst farbiger dann könnte ich dich an brüllen und dir den fehler vorwärfen man kann auch einfach sagen ganz entspannt würde ich sagen du alte transe als maul so genau das würdest du sagen vielleicht aber da würde ich sagen guck mal im herzen ist der frank rein und deswegen hat das gar nicht böse gemeint es gibt auch gar keinen grund zu glauben dass er irgendjemand runter putzen will und so und so sollte eigentlich torsten legert auch gerade mit seinen kindern umgehen aber ich glaube dass er halt auch bock hat irgendwie aufzutauchen in der ganzen geschichte und er finde es glaube ich doof dass er nicht auftaucht deswegen will er unbedingt mitmachen ich finde es ehrlich gesagt ich finde es einfach ich finde auch dieses ding ich finde es einfach peinlich so ja am ende muss man auch sagen wenn man nichts anderes macht beruflich am ende muss der kühlschrank am ende des mondes muss der kühlschrank trotzdem gefüllt werden und zur not an solchen geschichten also ist halt so prominent getrennt gibt es da noch irgendwas was wir da besprechen müssen dieses spiel vom letzten mal wurde ja mit den neuen paaren auch gespielt die liebesschaukel ja 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 ich habe ich habe noch tatsächlich hatte ich noch also zu prominent getrennt hatte ich noch warte mal ganz wo es hat sich denn gesaved nach dem spiel das hat sich ja jemand gesaved ein paar wer war denn das jetzt noch ich weiß es nicht ich habe vor allem als ich wir haben jetzt noch nicht mal über also wie war das denn noch mit manuel und lukas zoff den die hatten bei der bachelorette da bist du ja am besten besser informiert weil das kam ja auch dass wir die beiden haben ja irgendwie zoff zueinander ja hast du gar nicht mitbekommen wahrscheinlich also bachelorette und nicht wirklich so mein format ehrlich gesagt aber aber meins auch nicht aber ich dachte man hätte irgendwo vielleicht schon mal bei rtl oder so hintergrundinformationen die weiß ich auf jeden fall die beiden haben ein zoff gehabt irgendwas bei bachelorette und haben aber stehen aber eigentlich irgendwie wieder halbwegs zusammen irgendwie da habe ich verstanden so okay ja ja i don't know das war das war so zwischendurch und dann kam ja dann kam ja sozusagen der auftritt dann kam ja der richtige auftritt erst von von nico er will heute besoffen sein und hat die reste von anderen leuten ausgetrunken ja genau das hat sein bier getrunken und hat gesagt ich werde davon gar nicht richtig richtig besoffen dann hat er noch sechs hinterher geschossen und alles bin gefährlich und geil ich werde geil genau da wird er gesagt wird ja jetzt geil da könnte jetzt alles weg also irgendwie er könnte sogar seine ex freundin er hat sogar lust auf seine ex freundin wieder hat er gesagt ja es ist doch alles irre ist es so dass das fand ich das fand ich schon ein bisschen das fand ich schon ein bisschen insgesamt ein bisschen erstaunlich aber wie gesagt zwischendurch war da und das habe ich nicht verstanden dann kam ja dieses neue pärchen ich habe wie heißen sie noch mal lukas und kiara die beiden die beiden wo du jetzt farbige sagen würdest und ich nicht weiß wie es heißt mehr die beiden sind doch da gekommen und und da war das so dass also kiara die war mit lukas zusammen ich glaube auch nach einem format so dann kam sie an einem montag so war das zitat an einem montag kam kiara von der arbeit nach hause und die bude war halt leer geräumt und es gab eine nachricht von lukas ich verlasse dich dann war sie sehr traurig und hat ganz doll geweint und es war eine ganz ganz furchtbare erfahrung aber am nächsten tag stand er wiederum weinen vor der tür und hat gesagt war alles nur ein irrtum also kiara er hat dann gesagt der grund war dass er fand sie einfach nicht so prickeln und kann sich nicht vorstellen mit der lebenslang zusammen zu sein und sie will aber jetzt an deswegen geht sie in dieses haus rein weil sie will jetzt antworten haben genau und dann passiert ja wieder das was in dieser staffel ständig passiert jemand steht am straßenrand ein anderer kommt im golf card und dann sind die beiden sehr erstaunt dass derjenige da steht ich ja die ganze zeit gedacht die erstaunt jetzt habe ich es heute verstanden ich auch ich auch denn in den letzten staffeln war es so dass nicht der partner an der straße stand sondern irgendein anderer kandidat und sie sind erst im haus auf dem partner getroffen ja genau und deswegen haben wir immer gefragt woran das liegt jetzt das war habe ich ja hat sich jetzt sozusagen erklärt und spannend fand ich wieder da ist sie wieder kim virginia ja meine heldin dieser dieser folge kim virginia hat sich ihn gegriffen und hat gesagt so komm mal her jetzt hier setz dich mal hier hin ja was war denn damals mit der trennungsgeschichte radikal direkt voll front und das finde ich eigentlich gut das hat mir das gefällt mir gut was die macht sie so ein bisschen investigative reporterin kann man sagen so ein bisschen aufdeckungs reporterin ja sie vor allem was ich toll finde sie schert sich nichts ich finde sie ja die ist natürlich unter aller kanone irgendwie auf der einen seite aber auf der anderen seite sie schert sich nichts und das finde ich schon geil und sie ist glaube ich auch die einzige von denen die ja gar nicht mit diesen ganzen betroffenheiten ist das irrsinnigste fand ich ja zum ende als die alle zusammen standen und alle festgestellt haben das ist eine wahnwitzige mischung wo ja jeder mit jedem schon mal irgendetwas gehabt hat das ist ja total irre da ist zum beispiel der max ist der der max ein begriff der war mir vor diesem format kein begriff aber das ist ja der der hatte sie alle are you the one da kommt er her genau das ist das ist bitte was die are you the one heißt dieses format wo der genau da hat er rumgemacht er hat rumgemacht mit sandra er hat rumgemacht mit melanie er hat heißt sie melanie oder melina oder so er hat rumgemacht mit kim virginia auch er hat mit allen rumgemacht max ist derjenige der sie alle gehabt hat und max ist übrigens der der in dieser staffel noch zu michelle beziehungsweise zu mike sagen wird darf ich michelle küssen das ist der max der das sagen wird und dann sagt mein freund jetzt gibt es aber gleich eine und so weiter und was irgendwie ganz krass war was ich was ich schon gehört habe das ist ein kleiner mini spoiler aber dafür sind wir investigativ ich hörte dass innerhalb dieser staffel nico legert und mike zieht sagen wir mal so eine allianz schließen werden und eine wie nennt man das heutzutage eine bro schafft ja eine bromance genau brüllt mir meine frau gerade entgegen und irgendwie da gemeinsame sache machen werden um andere rauszuwählen allerdings nach dem format wohl so zerstritten waren dass sie sich gegenseitig jetzt auch blockiert haben in den sozialen medien also hättest du nicht sagen müssen das hätte ich dir voraussagen können okay das ist ja wobei da kann ich mal ganz kurz fragen nachdem meine frau da hinten sitzt wer hat sich gesaved nach dem stil wer hat die liebe schauke gewonnen okay sie was sie weiß es auch nicht okay das ist ja auch schad und rauch das ist das ist letztlich ist es egal wichtig ist nur bei max das muss man mal sagen auch hier für unsere community die haben das ja sicher alle so auch mitbekommen also der max hatte sie die meisten er hat mit max irgendwas also auch sandra wie gesagt das ist total erstaunlich dass die ja eigentlich naja auf jeden fall also er hatte mit allen irgendwo irgendwas und manchmal war es fest und nicht so viel erscheint relativ fröhlicher geselle zu sein er kommt aber mit wie hieß sie noch mal du ich heißt sie luisa ich weiß nicht genau ich glaube luisa rein luisa hat die kommt glaube ich von oder haben die sich kennengelernt in make love fake love glaube ich haben die sich kennengelernt genau mit jeles der max dann aber ist der max ja dann fremd gegangen und er hat er selbst max hat über sich gesagt ich kriege den satz auf nicht noch richtig zusammen ich entwickle mich langsam zur red fleck und da sieht man es wieder red fleck und toxic behavior sind heute positive eigenschaften die frauen sexy finden und da bin ich raus und das ist das dann merkt man sich ein alter weißer dummer sack bin dass ich nicht mich selber inszeniere als red fleck und dass ich kein toxic gebe ich bin non-toxic und das ist glaube ich bei den jungen damen mit großen oberweiten gemacht oder nicht gemacht und aufgespritzten lippen kommt das nicht gut an ich muss aber noch mal sagen dass diese luisa eigentlich ganz niedliches mädchen ist irgendwie die hat mir die fand ich irgendwie so sehr sympathisch auf den ersten blick ja das stimmt das stimmt und manchmal fragt man sich wirklich wie gelangen die nur an solche kerle irgendwie die keine ahnung eigentlich liebe nette mädchen wollen weil es dem scheiß egal ist mit wem sie ins fernsehen wollen das ist dem scheiß egal die wollen einfach eins die wollen irgendwie ins fernsehen weil fernsehen und 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 hier alles das was im netz da stattfindet ist eine chance ohne arbeiten geld zu verdienen und und berühmt zu werden und jeder hat diese sucht durch das handy und so haben sie alle die sucht berühmt zu werden und sie wollen halt nichts tun und was bekommen und da kann man wenn man dicke hupen hat und lässt sich die lippen machen das ist ja nicht 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 kompliziert nicht so teuer sich das machen zu lassen muss man vielleicht mal ein paar mal mit leuten rumpimpern schon das geld zusammen macht sich die lippen dick macht sich irgendwie ein bisschen wichtig kommt in irgend so eines von diesen formaten benimmt sich scheiße und wird dann berühmt das ist ja der weg das sind ja die meisten von denen gegangen und das geht heute und das ist ein berufsweg sozusagen ich glaube nur und da sind wir wieder zurück bei der wird der bogen sozusagen geschlossen bei eltern ich glaube keiner von denen wird 23 jahre lang reality machen und dann aus aus nichtigem anlass gefeuert werden sondern die werden alle wenige wenige jahre haben und werden dann große schwierigkeiten haben sich in das normale leben zu integrieren ja gut aber sie haben zumindest die chance wenn man ein bisschen haushalten kann mit dem geld und ich sag mal so wenn du 30 40 50.000 euro für so ein format mitnimmst und das ein bisschen auf die hohe kante legst dann hast du ja zumindest machst du das zwei drei jahre hast du deine halbe million vielleicht irgendwann verdient oder so damit kann man ja auch ein bisschen wirtschaften wenn man es dann kann also das ist also andere leute andere leute können das sozusagen ich glaube das ist aber aber den herrschaften wirklich tatsächlich schwer fällt und ich glaube ich glaube nicht dass es so viel dass es so viel geld dann am ende ist weil ich glaube die geben auch alle ganz viel aus ich habe neulich gerade mit jemand gesprochen der einen von den kandidaten über die wir ja auch schon gesprochen haben sehr gut kennt und der hat sich ein großteil seiner kohle durch die nase gezogen weil er nämlich immer auf party und unterwegs und den dicken machen und hin und her und da musst du irgendwie auf speed sein und dann kauft er sich irgendwelches zeug irgendwelche gestreckte drecksware und pfeift sich das rein und das ist unglaublich teuer und vor allen dingen wenn du dann einmal das gemacht hast dann merkst du dass du da schneller drauf bist und besser reagierst vielleicht und so in deinen augen und dann machst du es wieder und wieder und wieder und wieder und plötzlich die ganze kohle weg wir müssen wir müssen am rande noch ganz schnell auch über kamfte reality stars sprechen allerdings habe ich ganz schnell noch zwei meldungen die ich gerade frisch reinbekommen habe punkt nummer eins du hast ja vielleicht mitbekommen dass hat eins den big brother live stream am samstagmorgen zum beispiel wird mit sofortiger wirkung eingestellt wegen erfolglosigkeit es gibt keine live weil es keiner guckt also live streams auf sat 1 gibt es jetzt ab sofort nicht mehr und dann habe ich gerade noch gelesen es gibt gerade ein frisches interview was erschienen ist mit dem pro sieben programm chef also die tätigkeit die dumme hat es inne sozusagen und das spricht aber die pläne der nächsten monate und wir kennen ja alle dass joko und klas mit ihrer sendung ja immer um 15 minuten gespielt haben ja und dann gab es auch mal gab es mal eine extra pflege doku glaube ich wo sie acht stunden lang irgendwie mal pflegekräfte begleitet haben vor ein paar jahren mal haben sie da mal gewonnen gehabt und jetzt spielen sie weil es gibt die 50 ausgabe in kürze von joko und klas gegen pro sieben und was ist der gewinn eine stunde 24 stunden das programm gestalten bei pro sieben okay ist das schlau ist das ich hoffe nicht das wird wieder so eine es wird wieder die sind ja auch in dieser blase gefangen joko und klas leider das tut mir auch total leid aber es ist halt so mit diesen ganzen schrägen bini trägern und sowas alles und die werden wahrscheinlich irgendwas machen wo sie wieder die welt und die menschen belehren wollen und als gut menschen dastehen ich hoffe dass sie sich besinnen und einfach entertainment machen das klappt ja mit wer steht mir die show schon sehr gut und das ist einfach nur gutes und gute und da richtig gute toll gemachte unterhaltung und ich würde mir wünschen dass es nicht irgendwas wird wo sie irgendwie die welt retten oder uns belehren wollen oder dann gucke ich es nicht aber ansonsten gegönnt ja und dann ich sehe gerade das interview ist dann wohl relativ frisch auch geführt worden es wird auch nach der personalie elton gefragt und zwar lautet die frage hier von den kollegen von dvdl stichwort schlag den star da haben sie gestern kommuniziert matthias oppenhübel übernimmt die sendung von elton der zeigt sich öffentlich enttäuscht über die trennung was ist denn da schief gelaufen und die antwort lautet ich versuche es mal mit einem bild aus dem fußball wenn jemand seit jahren regelmäßig für den bvb aufläuft aber dann immer häufiger im fettblock des fc bayern anfeuert stellt sich doch zwangsläufig eine frage wann ist die richtige zeit für einen vereinswechsel was sagst du jetzt dazu das was ich gestern auch gesagt habe so ist es okay aber aber warum kriegt elton davon nichts mit weil er immer sagte ich habe jedes mal angefragt wenn es wenn ich habe immer gefragt ob das okay ist ja aber weißt du was management heute ist nicht mehr die eier haben sachen durchzusetzen und ja und nein zu sagen und dafür gerade zu stehen management heute ist ich will unbedingt an meinem stuhl kleben bleiben ich gehe den bequemen weg ich traue mich nicht ich schicke mir whatsapp anstatt persönlich schluss zu machen so einfach ist das das ist so einfach feiges verhalten fertig aus und das ist das ist unwürdig da hätten wir ein gespräch ein telefonat hallo elton pass auf elton das ist too much jetzt mit stefan noch die nummer das ist es einfach zu viel du bist auf jedem sender und bei uns bist du nicht mehr exklusiv entweder wir machen einen anderen vertrag oder wir haben keinen bock mehr oder es gibt die und die gründe oder du bist nicht mehr beliebt oder what the fuck und dann dann wäre es fähig gewesen dann wäre es fähig wir haben das schlaf eine nacht drüber du sagst du morgen deine entscheidung möchtest du weiter während hochzeiten tanzen oder so und dann sind wir raus hätte man ja einfach machen können und übrigens haben wir gestern auch ganz ehrlich oder auch radikal pass auf elton too much die nummer mit stefan war uns einfach zu viel und du hast deine berufliche heimat woanders wir brauchen dich hier nicht wir beenden das auch das macht man persönlich und besonders nach 23 jahren und besonders nach so einer so einer tatsächlich so einer auch so einer verbindung sozusagen hier jemand auch zum sender hat wobei das ist schon richtig der elton hat diese verbindung zum sender aufgegeben als er zur ard gegangen ist das war auch genehmigt und war völlig okay aber das ist schon zehn jahre her erbung war aber das ist genau das ist zehn jahre her und da ist nie irgendwie ein problem gewesen das mit rtl ist relativ neu auf der anderen seite diese formate wurden ganz korrekt pro sieben als erstes angeboten pro sieben hat sie nicht genommen hat rtl gesagt okay dann machen wir das und die machen das halt erfolgreicher als pro sieben geschafft hätte und das nervt die verstehe ich bist du ja alle seiten aber da machst du halt sauber also und wir hatten vor kurzem darüber gesprochen als wir den big brother talk hatten wie viel gucken denn eigentlich join und wie erfolgreich ist denn das und auch hier gab es eine frage in dem interview und allerdings wurde sehr aufweich ausweichend darauf geantwortet nämlich die antwort war auf die frage in wie erfolgreich ist denn jetzt john konkret wurde geantwortet ich biete ihnen darüber hinaus einen deal an an dem tag an dem netflix disney prime video und rtl plus ihre nutzung transparent machen machen wir das dann auch versprochen ja diplomatisch gar nichts mehr was mehr bleibt uns heute noch zu sagen ich denke wir haben alles abgearbeitet wir haben uns ständig referiert wir haben wissen weitergegeben wir haben was gelernt wir haben uns vernünftig also als anständige vernünftige menschen gezeigt wir haben werbung gemacht für deinen neuen frühstücks fernsehen mit dem buddy mehr geht nicht lass es fünf minuten gerne kurz wir haben es ja beide gesehen übrigens die erste folge da hast du übrigens ich habe das auch gar nicht gemerkt das war die das war eine folge das waren gar nicht zwei die sind zwar im streaming als zwei abgelegt das war aber eine xxl folge die gestern abend bei rtl 2 lief und zwar von 20 15 bis mitternacht das war eine folge und da ist schon und die lief übrigens gar nicht mal so gut sechs prozent marktanteil ist für rtl 2 immer noch im plus aber im gegensatz zu den anderen staffeln durchaus nicht so erfolgreich liegt es daran weil einfach von viertel nach bis mitternacht ist einfach auch zu lang ja erstens das auf der anderen seite wer sich darauf einlässt guckt das gerne auch weiter das passiert im streaming ja auch so insofern kann man das schon nachvollziehen warum sie das machen verstehe ich auf der anderen seite ist es so dass ich also es ist halt das problem ist das gibt halt viele von diesen formaten und jedes mal wenn du dich kommitt ist weißt du wieder für die nächsten wochen bin ich weg und das ist das ist auch für den zuschauer ist das echt eine zumutung was ist da inzwischen alles für formate gibt und vor allen dingen du darfst ja nicht vergessen wie viel da in den streaming diensten auch läuft und so also da kommst du nicht mehr hinterher also meine du musst das ja hauptberuflich machen dem sag ich das jetzt weiß warum das warum wir das so machen und du deinen eigenen youtube kanal in kürze an den start bringst weil sonst kommt man einfach nicht mehr hinterher genau aber ich muss sagen kampf der reality stars gehört durchaus zu den unterhaltsamsten formaten finde ich also sei es was da bin ich übrigens ein großer freund der bauchbinden also sehr sehr gute menschen die das dort fabrizieren mit einem auch die kommentare genau sehr schön ironisch sich selbst auf die schippe nehmt und so weiter ganz kurz über die kandidaten wir haben ja schon darüber gesprochen kino gefällt mir besonders gut das ist der mann über den ich jetzt nicht mal sagen darf dass welche hautfarbe hat der für mich so ein bisschen aus wie mr t noch aus aus dem a team bekennen den anderen 80er 90er jahren und es wurde bis kommentiert du hattest gesagt der ist irgendwie landwirt der wäre gar kein landwirt keine ahnung haben wir das falsch recherchiert ich habe keine ahnung ich dachte ich hätte verstanden dass er landwirt wäre ich weiß es nicht ich entschuldige mich hier gleich in aller form wenn dem nicht so sei ich habe das irgendwo gehört aber dann habe ich das falsch gehört kann sein vielleicht ist am ende auch nur ein bauer ich weiß es einfach nicht ich habe keine ahnung auf jeden fall der gefällt mir immer noch ganz gut nachdem ich jetzt auch die folge zu ende geschaut habe dann ja wie schon gesagt nerven tun mich valencia nerven tut mir mich theresa theresia das ist die mit dem langen bein und ja und und ach ja maurice maurice mr maurice den wir aus dem sommerhaus ja kennen der da schon sehr toxisch unterwegs war der typ geht mir also der typ ist wirklich ein paradebeispiel für diese für diese blase der hat dieses dieses mal ein bisschen dieses mike c syndrom er hat glaube ich auch dieses narzissmus buch gelesen irgendwie nicht so aufmerksam gemacht hat mich besser gemacht er hat es besser gelesen und besser verinnerlicht aber was der für eine vorstellung hat von dem wer er ist und was er kann und was er macht und wahnsinn wahnsinn ja das stimmt das stimmt da wird sich übrigens ein kleiner mini spoiler weil man zum trailer schon gesehen hat ab der nächsten folge mit alex 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 ja ist petrovic genau alex petrovic den wir aus dem letzten jahr sommerhaus kennen das war der der auch so toxisch mit seiner dame umgegangen ist und so weiter der trifft auf maurice und da wird es sogar glaube ich wenn ich das richtig sind ja teilweise handgreiflich zu gehen also da dürfen wir gespannt sein die beiden können sich nicht ansatzweise riechen ansonsten möchtest du ben tewerk noch lobend erwähnen oder hat er dich positiv überrascht ich hatte es ja schon an der stelle sozusagen mal gesagt ich also ich habe am anfang gedacht ach du scheiße jetzt kommt der aber mit dem alter ist der irgendwie ruhiger entspannter geworden ich finde er verhält sich richtig gut das macht mir spaß dem also er hält mich irgendwie in seiner nüchternen trockenen art der hat der macht bei diesen spielen irgendwie anständig mit der ist aber selbst auch über lacht auch über sich selber über sein über sein fehlverhalten in der vergangenheit lachte über dieses schauspieler ding also von wegen hier du könntest hollywood schauspieler sein da lacht er sich auch drüber weil er weiß dass es nicht so ist und ich finde ich empfinde den typen als extrem sympathisch ja das stimmt wobei allerdings so ein bisschen als es um das ranking ging die sollten sich einschätzen wer ist am beliebtesten laut der der zuschauer und so weiter er schon so ein bisschen auch noch in der vergangenheit lebt zur mtv zu haben sagt ich habe das deutsche jackass moderiert also es war schon damals nicht wirklich mega erfolgreich und ja das ist das woran in der heutigen gesellschaft geben seine hautfarbe geben seine blase in der er sich bewegt und so genau wer ist der die oh hier kelvin kleinen ist ja auch an bord das ist ja auch so ein phänomen der übrigens war nicht ist glaube ich platz zwei im ranking gewesen benti war wirklich platz eins hätte meine frau zum beispiel gar nicht gedacht ich war mir relativ sicher der ist ist weit vorne und kevin klein hattest du den ist der einer du bist ja wie gesagt jetzt noch nicht so lange richtig tief drin im game aber kevin klein taucht immer und überall auch auf ist der die in der vergangenheit schon hier und da mal über den weg gelaufen in einem format ja immer wieder aber aber immer wieder blass eigentlich ehrlich gesagt auf der einen seite auf der anderen seite fand ich es ganz erstaunlich dass diese eine dame ich habe ihren namen verdrängt dann ja sofort sagte bist du der mit den unterhosen ich dachte erst wäre ein witz aber das war kein witz genau das stimmt der typ der die unterhosen kalvin klein erfunden hat geht ja in so ein format und das tolle ist das sie denkt das nur deswegen weil sie denkt hat sie ist auch in der high society angekommen weil sie im fernsehen ist das ist so aber ist sehr lustig ich glaube da hat es mir glaube ich geschrieben hast geschrieben moris geht unter wie moris angekommen ist es gab ein riesen unwetter nein das schiff nein kein unwetter oder wellen 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 gang es waren ein paar ganz normale wellen die an diesem strand sind der dieser bootsteg der da ist ist jetzt auch ein bootsteg der da sonst nicht ist weil er sonst ja keiner ist großartig und dann handelt man mit dem boot fährt man einfach auf den sand und fertig aber das haben die ja extra diesen bootsteg da festgemacht der auch übrigens der ist dafür der ist born to be kompliziert und dann ist aber leider aber gab es da jetzt ein paar etwas also ein das waren ja gar keine großen wellen die waren ein bisschen höher aber das boot stand ungünstig und ist dann zur seite gekommen und moris ging auch nicht raus sondern blieb es einfach mit dem ganzen ding untergegangen es war wirklich großartig und vor allem ist sind seine ganze klamotten schwammen dann im wasser da wollte er schadensersatz haben und gegeben neue klamotten also die haben gesagt nee hängen sie doch einfach hin sehr schön kevin schäfer gehe ich davon aus kanntest du vorher nicht war prinz charming wahrscheinlich nicht dein format ist nicht mein format hast du eine erste meinung zu ihm er ist ja durchaus jemand es ist so und da hat wahrscheinlich darf man das heute auch gar nicht mehr sagen aber bedient natürlich so ein bisschen die klischee schublade also das also ganz ehrlich die beiden anders oder intergeschlechtlichen oder wie sagt man ich bin total das mit diesen worten geht mir so auf den sack ich könnte ganz schnell zwei worte sagen aber wieder ärger kriegen also sage ich sie nicht auf jeden fall die gehen mir so auf den zeiger mit ihrem gehabe und ihrer wichtmacherei und so das ist so nervtötend wirklich so nervtötend und ich kann es auch nicht ich will es auch nicht mehr sehen und und dieses rumgemache mit diesem mit der kosmetik immer und dass diese männer die sich als frauen verkleiden oder fühlen oder was mich das strengt mich total an macht doch dein ding mach was du willst mach das aber lass nicht jeden an deinem jedem furz teilhaben und vor allem feiern nicht jeden verdammten furz den du ablässt es ist so nervig und dann dieses und dann auch dieses wenn jemand schon so geht wie ein schauspieler gehen würde um einen homosexuellen darzustellen dann finde ich das schon wieder eben wie du sagst klischee schublade und mich sorry ich sag's wie es ist mich nervt das ich will es ich will den menschen kennenlernen ich will die seele das herz kennenlernen aber ich will nicht diesen ganzen zauber drumherum diese wichtig machereit nur weil ich anders geschlechtlich bin bin ich nicht wichtig oder anders oder besser oder irgendwas es ist völlig irrelevant mir ist es egal welches geschlecht jemand hat was da hängt oder nicht hängt und mit wem er rum macht oder in welcher stellung es ist mir wurscht das ist auch wie vorhin schon gesagt das ist arschloch oder nicht arschloch nervig oder nicht nervig nett oder nett oder nicht nett also so schaut's aus genau und dann können wir gerne mal sagen also wir sehen uns ja auf jeden fall am sonntag wieder zum live wieder hast du eine info wie geht's k ray ist er dabei ist er gesund also ich glaube es geht ihm besser ich gehe davon aus dass er dabei ist ansonsten würde ich würde mal vorschlagen vielleicht schreibst du ihn direkt an ja fragen ob er am sonntag fit ist oder nicht oder ob wir dann jemand anders haben müssen wenn dann ansonsten der könig sind amann uns vorlässt gegen die zahlung von 4000 euro dann vielleicht ich wollte es noch gar nicht erwähnen also eventuell haben wir ja hier in kürzern richtigen einer der großen reality stars also den modekönig den modepapst aber wir sind wir stecken da noch so ein bisschen in verhandlungen kann das sein du musst noch ein bisschen dein checkbuch zücken und weil sagen wir mal so herr sind amann sagt also für lau komme ich nicht zu euch ja wir haben angefangen mit 14 millionen ich habe ihn dann runtergehandelt auf 22 euro und jetzt müssen wir mal sehen wie es weitergeht sehr schön ich habe übrigens gerade noch mal geschaut ob wir bei kampf der reality stars wolltest du noch schnell was zu tanja tischewitz glaube ich vielleicht sagen ja ich kann ich kann es kurz nur einfach erwähnen dass sie gestern in der bild zeitung war sie will sich ihre großen brüste weg machen lassen das findet der ein oder andere schade ich mich auch interessiert auch das nicht ich finde sie als mensch wie sie rüberkommt finde ich sie super und ich gucke ihr gerne zu und was sie mit ihren brüsten macht ist mir egal wer allerdings interesse hat ob im besuch oder nicht im suff an seiner nudel zu zupfen kann sich den neuen playboy kaufen denn da ist sie drin also noch mit voller brustpracht ich bin da über die details nicht informiert aber ich glaube ja ja und und dann natürlich noch ganz schnell eine frage kathie hummels also wenn wenn die ja moderiert das ist ja ihr formal kam der reality stars mit zu meiner frau muss sagen oh sum sum ist wieder da also hummels schlechter gag entschuldigung attestierst du ihr ein gewisses moderationstalent also kann sie die dramatik einer rauswahl kann sie das dementsprechend gut rüberbringen weißt du was warum sie es nicht kann ja weil sie auf irgendwelche menschen hört die da stehen und ihr sagen was sie zu machen hat lasst das mädchen doch diese ganz einfachen prozesse einfach in ihren eigenen worten machen dann wäre es besser jetzt steht sie da und stellt irgendwelche fragen die auf dem zettel geschrieben worden sind oder zugerufen worden sind das ist so dermaßen dämlich lass sie doch reden wie sie ist die ist eigentlich ein ganz sympathischer netter mensch dass sie doch einfach sprechen wie sie ist dann wäre es ganz einfach wenn ich da vor ort wäre das würde drei minuten dauern ist thema durch und da würde sie auf jeden fall besser performen als jetzt sie ist trotzdem keine moderatoren fertig aus und es guckt übrigens auch dass auch das ist ein irglaube manchmal wegen einem nachnamen guckt keiner eine sendung punkt so und damit können wir gar nicht besser schließen ich wünsche uns einen schönen tag zusammen wir sehen uns in kürze wieder spätestens am sonntag live 18 uhr mit oder ohne k ray mit einem reality star oder ohne wie auch immer wir sehen uns in diesem sinne habt einen schönen tag danke boris bis dann ciao